Sie erinnern sich doch an Jimmy Bondi und sein Wunder-Auto-Dudu? Ein Käfer geht aufs Ganze. Das war der erste Film-Erfolg dieses urformischen Gespanns. Und dann kam der zweite Streich. Ein Käfer gibt Vollgas. Neue und noch turbulentere Abenteuer mit dem originellsten und lustigsten Käfer, den es je gab. Ein Käfer auf Extra-Tour. So hieß der dritte Superspaß mit dem Super-Auto-Dudu. Und jetzt die Krönung der beliebten Serie. Nummer 4. Das verrückteste Auto der Welt. In der verrücktesten Rallye der Welt. Sie dürfen alles, was Sie hier auf der Karte sehen, benutzen. Seiten, Straßen, Feldwege, Skipisten und... Und wenn Ihr Wagen schwimmen, kann sogar Flüsse umziehen. Wissen Sie was? Wir schalten um auf Serie. Fein, dann haben wir statt 30 60 PS. In diesem Film-Hit spielen nicht nur Jimmy Bondi und sein Wunderkäfer verrückt. Nach rechts, Schwester. Nach rechts, Schwester. Links, Schwester. Schwester, schafft mich. Also, wenn er einen am Mogeln will. Raus! Halt, halt, halt! Ich hätte Sie bald überfahren. Wer sind Sie überhaupt? Das werden Sie gleich auch verraten. Jakob Robusti. Chefkontrolle. Das ist eine Kontrolle. Los, weg hier! Halt, stopp! Hallo? Und jetzt? Ein lustiger Abenteuerfilm der fröhlichen Sensationen vor der herrlichen Kulisse der Schweizer Berge. Ich habe gesagt, Hände hoch! Ja, das ist wie Sie wollen, Kapitän. Ah! Ich würde es geben! Entschuldigen Sie bitte. Hans Rind. Können wir noch mehr Kunststücke? Halt! Rechts! Um! Lech, Kriam-Tschöpchen. Der spinnt doch nicht schlecht. Das verrückteste Auto der Welt. Ein herrlicher Filmspaß für alle, die jung und jung geblieben sind. Dieser Spiegel wird unser Meisterstück. Wenn ein Fahrer einen Wagen auf sich zukommen sieht, weicht er aus und fährt in den Abgrund. Ja, ja, ja. Zum Bremsen! Tausend Tricks und tausend komische Einfälle in Rudolf Zeetgrubers neuestem Käfer-Hit. Das verrückteste Auto der Welt. Demnächst in diesem Kino. Das als er ist,